Kraft durch Sicherheit und Gesundheit. Die Zellstoff Pulse AG ist als Mitglied der Heinzel Group, eines der modernsten und umweltfreundlichsten Unternehmen der Zellstoff- und Papierbranche in Europa. Die in Pulse erzeugten Orion Zellstoffe sowie der Starcraft Papier finden ihren Absatz auf Märkten in Italien, Österreich, Slowenien, Frankreich, Deutschland sowie zunehmend auch in den neuen EU-Mitgliedstaaten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zellstoff-Pulse AG sind neben Know-how und Innovation vor allem die qualifizierten und motivierten Mitarbeiter. Armin Ida zum Beispiel hat bereits im Jahr 1989 seine Karriere mit einer Lehre zum Betriebsschlosser begonnen. Mittlerweile ist er Leiter der Mechanischen Werkstätte und bildet im Rahmen seiner Tätigkeit auch 14 Lehrlinge aus. Nachdem ich die Lehre absolviert habe hier im Unternehmen, habe ich als Facharbeiter in der Mechanischen Werkstätte gearbeitet und anschließend die Werksmeisterschule für Maschinenbau und Betriebstechnik in Graz absolviert. Was ist dir jetzt auch gerade im Hinblick auf Lehrlingsausbildung, die du hier weitergibst, besonders wichtig? Die Jugendlichen im Zuge der Ausbildung der Lehrjahre zu Facharbeiter heranzuführen. Wir wissen ja alle, dass der Facharbeiterwangel akut ist. Ihnen dementsprechend die Hinweise hinsichtlich Sicherheit, Arbeitssicherheit mitzugeben, um schlussendlich aus ihnen fertige Facharbeiter für das Unternehmen zu machen. Von der Unternehmensleitung hat er immer wieder tolle Unterstützung erfahren und Aus- und Weiterbildung wird in Pölls großgeschrieben. Ich glaube, dass wir für die Lehrlinge ein sehr umfassendes Programm haben, das auch über den eigentlichen Lehrberuf hinausgeht in Sinne von Sportaktivitäten, Freizeitaktivitäten, die gemeinsam unternommen werden, um hier einfach auch früh eine gewisse Gruppenbindung zu haben und das Unternehmen hier die Mitarbeiter mehr anzubinden, als wie das üblicherweise der Fall ist. Die Mitarbeiter sind, wie gesagt, die Basis von allem. Ohne gute Mitarbeiter kann man hier investieren und bauen, was man möchte. Natürlich ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Wichtigste. Einmal mehr beweist die Zellstoff Pölls AG, dass es in der Region nicht nur international tätige Unternehmen gibt, sondern vor allem Unternehmen, die auf einen wichtigen Faktor setzen, den Faktor Mensch. Alle Infos zu Zellstoff Pölls gibt's natürlich unter www.zellstoff-pölls.ac. mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, der Europäischen Union und dem Land Steiermark.